Hallöchen, herzlich willkommen zu Just Cause 3 und wir sehen hier auf das wunderschöne Meer. Oh, traumhaft mit den Ruinen da und den Bergen und ein paar Bötchen, die da rumdümpeln. Und da ist noch eine Band im Hintergrund. Das macht ihr wirklich toll. Wirklich toll. Wenn ich hätte, würde ich euch Geld geben, aber ich kann das leider nicht in dem Spiel. Tut mir leid. Gut, und was machen wir jetzt in der Folge? Okay, ich habe keinen Plan. Was sieht denn tot aus hier? Was ist denn das hier? Ich möchte mir ganz schnell noch etwas anschauen. Und zwar, ne, da haben wir gar nichts. Oder ist das... Ach, das ist auch gar nicht das. Ach, Manu. Ach, hier ist das. Ach so, einfach die, die ich durch die Rebellenabwürfe bekomme, können das? Okay, ob ich das mit diesen auch kann? Und da habe ich noch einen Sprint. Moment. Moment, 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 Moment. Landrennen sind immer bevorzugt von mir. Auf jeden Fall. Da fliegen wir schon so schnell. Wir können hin und erledigen das. Oder versuchen es zumindest. Ein paar Rennen sind immer cool. Lammtrennen wieder, okay. Es, 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 ich habe es gar nicht richtig gelesen. Tut mir leid. Ähm. Schade, ich hatte nicht die Karre. Weshalb muss ich denn diese Dreckskarre hier nehmen? Mann. Na gut. Allzu schlecht ist sie schon mal nicht von der Beschleunigung her. Muss ich ganz ehrlich gesagt... Äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. So wollte ich das eigentlich sagen. Aber ich kann wie immer nicht richtig sprechen. Das werde ich wohl nie mehr lernen. Tut mir leid. Uiui. Uiui. Uiuiui. Uuuh. Naja. Das hat ein bisschen zu viel Zeit gekostet, würde ich sagen. Zum Glück greifen die uns nicht schon wieder an hier. Oh. Und das Rennen führt mitten durch die Militärbasis. Okay, das ist auch eine tolle Idee. Und die verfolgen uns, glaube ich. Ah, doch, die Kampfgebiet. Heißt das, die verfolgen uns schon? Oder? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder draußen. Und sie scheinen uns nicht groß, sich nicht groß an uns zu stören. So wie das... Oh, doch, jetzt haben sie, glaube ich, geschossen. Egal. Wir sind jetzt definitiv ja wieder... Wow, draußen. Aber jetzt sollten sie etwas gegen uns haben. Ja, auf jeden Fall. Denn wir haben gerade einen von ihnen... Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ah, halt erschlagen mit dem Auto. So was mache ich regelmäßig. Ich bring von Klippen und bring damit Leute um. Das ist... Wow. Na gut. Und gucken, ob ich da noch ein anderes Fahrzeug auswählen kann oder nicht. Und wenn nicht. Na ja, dann halt nicht. Und dann mache ich das aber nicht mehr. Wenn schon, dann probiere ich das vielleicht nochmals. Weil die Karre da... Na ja, da habe ich schon Besseres gesehen. In einer der letzten Folgen, da hatten wir so einen Offroad-Jeep... Nein, kein Jeep, sondern halt ein Offroad-Gefährt. Ein Militärfahrzeug, das ich gestohlen habe. Und das hat mir gefallen. Das war ein geiles Gefährt. Muss ich schon sagen. Okay. Hier kommen wir noch. Das ist noch nicht so schwierig hier. Da kommen wir noch gut durch. Durch die Sachen. So. Ach, da bin ich schon wieder so dumm von der Straße abgekommen. Ach. Ach, kann es das sein? Nein, ich bin mitten durchgefahren. Hallo? Nimmst du denn bitte mal an? Mann, jetzt habe ich das schon wieder versaut, weil ich diesen blöden Punkt da nicht eingesammelt habe. Dieser dumme Scheißpunkt. Den mag ich gar nicht. Legen wir los. Wow. Und dieses Ding hier können wir eigentlich auch gestohlen bleiben. Brauche ich alles nicht, diesen Breik. Diese dummen Arschlöcher. So. Ja, doch. Jawohl. Kennen wir alles schon, ja. Und die scheinen sich doch zu... Nein, was mache ich denn? Komm schon. Was geht denn ab? Junge. Oh, oh. Oh, oh. Uiuiuiui. Da hat es unsere Karre ganz schön, ja klar, zusammengestaucht. Und wir sind so schlecht dran. Ach, ich habe nie Druck. Verstärkung ist unterwegs. Mann, weshalb sagt mir das niemand? Das habe ich jetzt gerade so per Zufall rausgefunden. Ach so, das... Oh. Geile Sache. Ja, weshalb sagt mir das niemand? Damit ist das doch eine ganz andere Sache. Junge. Ja, das mache ich nochmals, wenn ich das jetzt weiß. Alter, das kann mir aber auch jemand gerne mal sagen, das nächste Mal. Verflucht. Immer sagen die nichts. Schau, hallo. Könntest du bitte jetzt mal... Es wird Zeit. Die Leute warten. Ich warte. Alle warten. Und du lädst dich wieder zu Tode hier. Ähm. Okay. Dann, ja. Gut. Ich sage nichts mehr. Gebstoff. Das Nidro hier werden wir kräftig ausnützen. Ach, aber da kriegen wir die Kurve nicht mehr, weil wir so verflucht schnell sind. Wow. Und ich fahre hier einfach über Steine. Auch sehr realistisch. Der hat einen Motorschaden, der Junge. Der kann nicht Autofahren, wie mir erscheint. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen... Alles ein bisschen schneller und ein bisschen präziser machen. Aber ich habe es wahrscheinlich schon wieder versaut wegen dem Anfang. Oh, Mino. Nein. Ach, viel zu fest abgebremst. Ich hätte nicht abbremsen sollen. Ich Idiot. Dabei kenne ich doch die Strecke langsam. Aber irgendwie läuft es immer schlechter. Gut. Jetzt sind ja auch ein bisschen andere Geschwindigkeitsverhältnisse als vorher. Aber... Mein Gott, was soll's hier. So schnell sind wir jetzt auch wieder nicht. Wow. Da fliegen wir gleich. Endlich mal komplett rüber. Und wir haben noch... Ne, jetzt haben wir gerade das erste Zahnrad verloren. Aber so, der Nitroschub macht es natürlich möglich. Da wirklich rechtzeitig am Ziel anzukommen. Ja, wer haben wir? Wir haben wir in der Tasche. Jawohl. Juhu. Aber... Ich muss das nochmal ausmachen. Das kann es doch nicht sein. Jetzt mit dem Nitro, das schaffe ich. Vorhin ohne Nitro. Keine Chance. Aber mit Nitro. Super Sache. Das ist kein Problem so. So, jetzt muss ich mal schon... ...dass das sich einmal lädt. Bitte. Menno Mensch. So, jetzt. Der letzte Versuch, würde ich sagen. Hoffentlich mit fünf. Zahnrädchen. Komm schon. Ach, so springe ich? Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich brauche nur den Nitro nicht entsprungen. Zur Zeit zumindest. Jetzt darf ich hier oben die Kurve nicht versauen. Hier nach dem Tor. Die habe ich jetzt zweimal falsch... Ach, und dieses Mal zu weit. Ne, nicht nach vorne, nach hinten. Junge. Weshalb hat der jetzt Gas nach... Ach so, nicht den Retorgang reingelegt. Ich habe doch... L2 gerückt. Was zum Teufel? Geht denn hier vor sich? Das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gumm. Mehr Gas brauche ich. Mehr Gas. Ah, schon wieder. Mensch. Aber das war noch knapp als das letzte Mal. Ah. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Mann, ich will nochmals, ich mach das nochmals, weil ich war so knapp dran, das einzige was nicht geklappt ist dieser verfluchte Rang beim Einbiegen da in die Militärbasis, den schaff ich nie, da biege ich meistens zu früh und dieses Mal bin ich zu spät, ich krieg den perfekten Punkt einfach nicht hin da, Mann, das muss ich noch einmal machen, unbedingt. Ich muss den hinkriegen, das geht so nicht, das werde ich heute noch schaffen und wenn es das letzte ist, was ich tue, so, so, jetzt kenne ich auch langsam die Strecke ein bisschen, aber ich muss mich wirklich gerade ein bisschen konzentrieren, denn sonst wird das schon wieder nichts hier. Das ist immer ein bisschen kritisch, jawohl, jetzt habe ich es bis hier eigentlich super gemeistert, aber jetzt kommt dann der heikle Punkt, an dem ich meistens enorm viel... Ah, nö, schon wieder, schon wieder so viel Zeit verloren an dem blöden gleichen Punkt wie jedes Mal, Mann, oh... Muss denn das sein? Ja, hier komme ich auch ohne Bremsen, wow, nein, 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 nein... Ja, ich starte die ganze Herausforderung nochmals neu, das bringt so nix... Das bringt so nix mehr, das hat keinen Sinn mehr, das ist verschwendete Zeit und liebe es mir... Das geht nicht, da muss ich nochmals von vorne beginnen. Der Anfang war ganz gut, aber dann hat es da schon recht gehapert. Vor allem, als es mich da noch auf den Rücken gedreht hat, war, habe ich gewusst, da habe ich keine Chance mehr. Da kann ich gleich aufgeben. So, und nochmals, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich mache das das letzte Mal, aber ich habe ein bisschen danach gesagt, Ich mache das so lange, bis ich es schaffe. Und wenn, naja, das letzte ist, was ich tue, da werde ich mich wohl dran halten müssen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen langweilig wird, für euch immer die gleiche Strecke zu sehen, aber, naja. Wenn ich sowas nicht schaffe, dann kriege ich das... Nein, und ich habe das Springen gedrückt. Ach, und ich habe den Punkt nicht. Ja, das kann ich schon wieder vergessen. Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich keine Lust mehr. So sieht es aus. Jetzt habe ich einfach keine Lust mehr, weil... Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich mache das, bis ich es schaffe, aber, naja. Ne, mache ich nicht, falls euch überrascht. So, was müssen wir hier noch? Drei Sachen. Das eine ist garantiert hier. Oder war das das? Ja, ich glaube, das war das. Was ist denn da? Ach, das ist diese Militärbasis, wo wir jetzt immer durchgefahren sind. Dann gehe ich, dann gehen wir da mal als erstes hin. In diesem Gebiet als nächstes. Und richten da, sorgen da ein bisschen für Chaos. Das kann es ja nicht sein. So. Ne, ne, ich stelle hier nur meine Karellen. Hallo? Hallo? Was war das? Was ganz genau war das gerade, was mich da in die Luft gejagt hat? Habe ich gerade in den Boden geschossen, oder was ist los? Das begreife ich nicht. Na ja, gut. Dann halt nochmals. Und vorne. Na ja. Da sind wir auch schon wieder. Keine Ahnung, was das gerade war. Ein bisschen... Speziell hat das schon ausgesehen, wenn ich das mal so sagen darf. So. Flugabwehrstellung hacken. Dann kommen uns die Helikopter da nicht mehr so... Wow. Was ist denn hier alles rum, du? Werden die uns kriegen? Ne, ich hoffe mal nicht. Was liebt denn hier alles? Mein Gott. Da sind ja alles nur... Da sind ja so viele böse Menschen, die hier leben. Das geht doch nicht. Oi. Oi. Nein, doch nicht gleich vor den Feinden. Diese Blamage. Und der ist da noch mit einem... Geschütz unterwegs. Tolle Sache, mein Freund. Bei dir läuft's richtig. Aber jetzt wohl nicht mehr so. Nein. Ich hab erwischt. Wow. Nö, leider hat's dich noch nicht erwischt. Du lebst immer weiter. Du dummer Trottel. Komm schon. Jawohl. Damit fegen wir die... recht schnell weg. Keine Granate. Was wärst du Granate? Nein, keine Granaten, bitte. Keine Granaten. Ich mag keine Granaten. Oh. Granate. Oi. Nein. Ah. Nö. Ach, nö. Warum denn tu was? Weil ja... Ach, Menno. Mein schönes Geschütz. Nein, und die haben mich noch erwischt. Ah. Was soll denn das bitte? Wollt ihr mich zum Idioten... Wollt ihr mich als Idiot hinstellen hier, oder was? Mann. Diese Idioten... stellen mich hier einfach als Idiot hin. Diese verfluchten Idioten. Ah. Da hat's uns schnell gekriegt. Die haben uns schnell gekriegt. Mit diesen neuen Soldaten, da kann ich mich nicht recht anfreunden. Die sind mir ein bisschen zu... zu hart, ja. Die sind mir ein bisschen zu hart, ja. Mit denen kann ich nicht so recht los anfangen. Die machen mir ein bisschen Angst und... sowieso sind das komische Typen. So, reicht das? Ja, das reicht jetzt. Gut. Der kippt. Der geht down. Und... Ach, das gehört immer nach uns? Nice. Ganz nice. Hm. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Das gehört nicht mehr dazu, oder? Gehört das auch noch dazu? Oh, oh. Ich glaube fast, das gehört auch noch dazu. Ich muss mal schauen. Ja, komm schon, geh drauf. Alter, hält das viel aus. Junge, Junge. Du hörst ja gar nicht mehr auf mit aushalten. Bam, bam, bam. Reicht das jetzt? Nee, noch immer nicht. Gut. Toll. Doch, das reicht. Wow. Oh ja, das hätte auch ein bisschen früher reagieren können. Das Ganze. Oh, ich will hier weg. Komm schon, lass mich bitte raus. Ui, 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 ui. Das war schon wieder viel zu knapp für meinen Geschmack. Ach, Mann. Immer das Gleiche mit euch. Immer hat man Stress, wenn man euch angreift. Das gibt es doch nicht. Oh, komm ich da raus? Ui. Nee, da komm ich nicht raus. Oh, doch so komm ich vielleicht raus. Ach. Komm, Mann. Komm schon, bitte. Komm. Komm schon raus. Gut, jetzt können wir mal schauen. Nee, das gehört eh nicht mehr dazu, so wie es scheint. Okay. Wenigstens das, oder? Hä? Begreif ich gerade nicht, tut mir leid. Verstand, Verstärkung ist unterwegs. Oder gehört das doch dazu? Oh, oh. Das wäre ja das ultimative Riesenlager hier. Mein Gott. Das könnt ihr doch nicht tun. Und jetzt? Gehört das noch dazu? Nee, zum Glück nicht mehr. Okay. Dann ist das Ganze ein bisschen überschaubarer. Und wir können das eigentlich... in nützlicher Frist dann bald... zerstören. Wichtig war mir gerade mal der, weil der braucht immer am längsten Zeit, bis man den hat. So, dann können wir hier noch ein bisschen Chaos anrichten. So, komm schon. Äh, ja, jetzt hänge ich hier. Toll. Uiuiui. Beruhigt euch. Kann ich da rein irgendwie? Vielleicht so? Ein bisschen? Irgendwo? Hallo? Kann man da rein? Ich würde da gerne mal rein, bitte. Geht das vielleicht? Nee? Oh, lass mich doch mal da rauf. Uiuiui. Ich sollte hier nicht stehen bleiben. Auf keinen Fall. Egal. Was auch passiert. So, den hauen wir mal da rein. Was sollte gehen eigentlich? Jawohl, da haben wir das. Gut, aber der lebt noch da. Gut, den haben wir. Gut, gut. Gut, gut. Nein, wir sind an dem blöden 30er oder 60er Schild oder was auch immer. Sind wir hängen geblieben? Hängen gebleiben? Hängen gebleiben, Mann. Wo geht denn das noch hin? So. Ach, das wollte ich doch gar nicht drücken. Wir schicken ein Helikopter. Nee, ich habe keinen Helikopter zerstört. Das braucht ihr mir nicht zuzuschauen. Ach, Mann, ich komme hier nicht raus. Mähn, oh mähn. Hallo. Puh. Endlich wieder mal frische Luft hier. Ach, und da hocken schon wieder so ein paar komische Typen rum, die auf uns schießen. Mann, beruhigt euch doch mal. So. So, dann hätten wir auch und dann auch. Wow. Sinkt das Boot. Sinkt das Boot. Äh, kann ich das noch benötigen? Äh, hallo? Ja, das geht wohl noch. Okay. Gut. Dann, wir haben mal ein großes Kriegsschiff. Das wir hier an der Wand zerschellen lassen. Okay, gehen wir mal wieder raus. Tut mir leid. So. Wir müssen hier unbedingt noch ein bisschen weg. Und oh, ich sehe schon, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja. Dann werde ich hier wohl nach der Folge entkommen müssen. Oh, da schaffen wir das gerade noch. Wir verstecken uns dabei da. Ja, wir schaffen das, glaube ich. Hier verstecken wir uns, würde ich behaupten. So. Zack. Dann kriegen wir ja gleich noch ein Teil. Zu sehen. Nein, kriegen wir nicht. Egal, spielt ja auch nicht so eine Rolle. Können wir uns auch später mal noch schnappen. Außer. Mann, ich halte mich nie an mein eigenes Wort. Ja, ich habe es schon gesehen. Ja, ja. Ist ja gut, dann sammeln wir das halt noch ein. Kommt. Ach, ich stelle mich auf die falsche Seite. Die haben immer so nice Plätze, wo die stehen, diese Rebellenschreine. Wirklich eine tolle Aussicht. Hier könnte man sich stundenlang hinhocken und einfach aufs Meer schauen. Wunderschön. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn euch das, die Folge hier gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und sonst sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.